hallo und herzlich willkommen liebe whisky freunde mein name ist thomas thiemeyer ich begrüße euch ganz herzlich hier bei mir im whisky club freue mich dass ihr wieder mit dabei seid um in mir wie jede woche eigentlich einen neuen whisky zu verkosten ja und da steht er schon heute führt uns die reise nach schottland in die space halt ins herz der schottischen whisky produktion und hin zu einer alten traditionsreichen brennerei von der ich sage und schreibe noch nichts gekostet habe noch nichts getestet habe hier bei mir im whisky club warum ja es hat ein bisschen damit was zu tun dass diese preise diese preise ja diese diese whiskies dass die sehr sehr hochpreisig sind die rede ist von mcallen und ihr wisst es mcallen gilt so ein bisschen als der rolls royce unter den whiskies ob berechtigt oder nicht das werden wir heute versuchen rauszukriegen in der zwischenzeit erzähle ich euch erst mal ein bisschen was über diese destillerie mcallen wie gesagt space halt ich zeige euch noch mal kurz wo die spacer ist ich habe hier eine kleine karte hier liegt sie so ein bisschen östlich gehört zu den highlands ist aber ein in sich geschlossener bereich weil dort einfach unendlich viele whisky destillerien ansässig sind ja und die spacer ist bekannt dafür dass dort sehr milde weiche gefällige easy drinking whisky produziert werden schottische single malls vom feinsten und auch wie ich finde für einsteiger immer ganz gut geeignet mcallen nun eine der alteingesessenen destillerien dort gegründet 1824 schon also schon stolzes alter von einem gewissen alexander raid gegründet ist heute allerdings nicht mehr unabhängig nur noch die wenigsten schottischen destillerien sind tatsächlich unabhängig mcallen gehört zu adrington group zu der famous grouse gehört cutty sark und zum beispiel auch highland park ja mcallen wie gesagt hochpreisig sie haben eine ganze zeit lang sehr sehr schöne whiskies mit alters jahrgang jahrgang nicht aber mit altersangaben abgefüllt da gab es also ein 10er sherry da gab es ein 10er oak es gab ein zwölfer sherry ein zwölfer oak es gab einen 15er einen 17er ja und im jahre 2012 hat mcallen seine gesamte sein gesamtes sortiment umgestellt und zwar hin zu nas whiskies non age statement whiskies also tropfen ohne altersangabe die reihe heißt seitdem jetzt 1824 und dort gibt es dann so schöne whiskies wie den ruby oder den gold oder den amber oder den sienna ja die sich durch ihre farbe unterscheiden einen hinweis darauf geben in welchen fässern sie abgefüllt wurden aber wie gesagt kein alter mehr tragen ihr wisst ich bin nicht so ein großer fan davon es gibt gute nas whiskies ganz klar ich habe hier schon etliche vorgestellt aber ich bin trotzdem für mehr transparenz ich mag es wenn ein alter drauf steht und sei es nur ein junges alter ich habe ja auch schon achtjährige whiskies verkostet die ausgezeichnet waren ich wüsste halt bloß gerne gut das macht mcallen nicht mehr schade diesen zwölfer den ich euch heute vorstellen werde den zwölfer sherry den gibt es in deutschland leider nicht mehr man muss ihn sich also im internet besorgen er ist verfügbar die flasche roundabout 70 euro aufwärts und es gibt ihn in zwei ausführungen deswegen habe ich auch mal die magnum flasche hier mitgebracht ist ganz lustig der normale ist nämlich mit 40 volumen prozenten alkohol abgefüllt und die magnum flasche mit 43 ich halte euch mal die flasche in die kamera so sieht sie aus recht schönes flaschendesign wie ich finde hoch schlank elegant wie alles bei mcallen sehr elegant die farbe da drin ja aus der kann man was ablesen denn die farbe sagt uns sheriffers reifung mcallen färbt nämlich nicht also kein zuckerkulär e 150 a sondern naturfarbe ich zeige euch auch noch mal die magnum flasche weil es so schön ist das ist dieses drum 1,75 liter ja mittlerweile auch schon sehr sehr teuer man kriegt sie wohl auch noch aber sie liegt so bei ungefähr 200 euro schöne dunkle farbe noch ein ticken dunkler als der 40 jährige also kann dran liegen dass andere fässer verwendet wurden kann aber auch dran liegen dass einfach diese drei volumen prozent mehr drin sind so also was hatte ich gesagt nicht gefärbt ja kälte filtriert ist er wohl jawohl und 40 volumen prozent alkohol also eine ziemlich gemischte kiste würde ich mal sagen die fässer die hier für den 12 jährigen sherry verwendet wurden sind refill oloroso sherry fässer also ein trockener sherry und ja mittlerweile auch schon teuer geworden die sherry fässer gibt es nicht mehr so günstig wie noch vor ein paar jahren weswegen viele destillerien jetzt mehr sich auf ex bourbon fässer spezialisieren ich bin ein großer freund von sherry gereiften fässern es ist auch wirklich kein finish es ist eine vollreifung in sherry fässern und deswegen bin ich schon ziemlich gespannt auf den tropfen während ich hier rede weht mich schon so ein sehr aromatisches sehr aromatischer duft an also das lässt auf einiges hoffen halten wir mal die nase rein ja süß schöne süße dunkle früchte ja rosinen bisschen feigen pflaumen überhaupt so dunkle beeren dunkle getrocknete beeren also das ist schon eine sehr sehr gefällige nase gefällt mir schon mal sehr sehr gut der zwölfer mc allen sherry war viele jahre lang der klassiker bei mc allen schade dass sie ihn rausgenommen haben aus dem programm er ist eigentlich so der whisky der den guten ruf von mc allen begründet hat ja toll ein zarter finde ich ein zarter anklang von rauch was aber eigentlich nicht sein kann denn mc allen verwendet grundsätzlich ungerauchte ungerauchtes malz also ich würde es statt rauch mal mit würze mit würzigkeit beschreiben ja sehr aromatisch sehr voll und für 40 volumen prozent auch ganz schön kräftig toll also der whisky ist wirklich aufgeladen mit aromen zumindest von der nase her jetzt schauen wir mal was er am gaumen so kann wow kräftig im antritt ziemlich wuchtig wie gesagt 40 volumen prozent aber das merkt man diesem whisky nicht an den hätte ich jetzt beim blindtasting bestimmt auf 43 vielleicht sogar auf 46 volumen prozent geschätzt so massig wuchtig und voll kommt er daher sehr komplex hier wieder die dunklen früchte jetzt noch wesentlich stärker vorhin war es ja noch so etwas bisschen eleganter leichter aber jetzt auf der zunge sehr dunkel schwer süßlich ähm wirklich diese diese trockenpflaumen das ist so das maßgebliche da ist auch es ist eine schöne süße drin aber relativ wenig säure so dass ich also nicht in richtung cranberries oder so gehen würde sondern tatsächlich so auf dieser pflaumigen rosinigen seite bleiben möchte ja schön auch hier wieder diese würzigkeit die ich so ein bisschen mit rauch assoziiere eigenartig aber ist einfach da liegt sicher an den fässern ganz bestimmt ja das ist das ist schon das ist schon ein toller whisky das muss man schon sagen also jetzt auch merke ich so während ich rede er ist immer noch da er ist immer noch präsent der abgang ist lang lang schwer süffig also wirklich ein whisky der durchaus mit vergleichbaren tropfen aus brennereien wie glenfarkless oder glendronach mithalten kann ne ist er diesen hohen preiswert hm das ist natürlich immer die frage für den einen sind 70 euro peanuts für den anderen sind 70 euro eine echte investition dazu zähle ich mich übrigens auch selber also für einen zwölfjährigen mit 40 volumen prozenten so viel geld auszugeben ich habe mich lange schwer getan deswegen habe ich auch so lange nichts von mcallen getestet hier im kanal aber nachdem ich den jetzt probiert habe muss ich sagen doch er ist das geld tatsächlich wert wer ihn noch nicht kennt wer ihn noch nie probiert hat er sollte es mal riskieren sollte mal einen versuch wagen und sich eine flasche davon besorgen wie gesagt er ist noch zu bekommen und ja hat damit einen echten klassiker im glas also das kann man glaube ich ohne übertreibung sagen der zwölfer sherry ist wirklich so das aushängeschild das markenzeichen von mcallen gewesen lange jahre so äh was gebe ich ihm denn hm ja doch er gefällt mir gut er gefällt mir gut und ich gebe ihm 90 von 100 punkten ist einfach ein schöner tropfen er freut sich auch wie man so liest immer noch großer beliebtheit da draußen unter den whisky fans ja und ich werde den jetzt hier noch in aller ruhe zu ende genießen ich hoffe ihr macht das auch ich hoffe ihr habt noch einen wunderschönen rest sonntag macht was schönes trinkt ein schönes tröpfchen wenn ihr lust habt dann abonniert den kanal ich würde mich riesig freuen werdet ihr automatisch immer informiert wenn wieder etwas neues hochgeladen ist was aber sowieso nächsten sonntag wieder passieren wird und ich melde mich ab bedanke mich bei euch für das zufahren und bis bald tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017